und die jungen kommt zu einer neuen frischen folge von sie bei dem weiss die begrüßung hatte gerade richtig viel schreck und so schon mal sagen wir fangen direkt an so begrüßt ist echt jetzt egal was sind das für viele sind neu ich kenne ich noch nicht kommt mehr kommen die gar durch ich weiß nicht das station ok ganz ehrlich ich finde den games und so war schon wieder sind ich hasse diese vierte hier schießen soll zum games und ich finde ihn echt so scheiße nichts gegen das spiel spiel an sich macht eigentlich fand aber games und der verstören ohne bombe was schon entgegner meister kurses zu dir kopf fleiß ich hasse dieses fiche jetzt den ganzen fliegen scheiß auf dem kaputt macht die nach 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 und die fliege soll sich verpissen und du stirb einfach stirb du hässliches Viech ich frage mich wohl wie die Mutter aussieht ich würde mir gar nicht vorstellen was isst du eigentlich ich will es auch nicht wissen ach die fliegen sind auf meiner seite und wieder zwei herzen bekommen Gürtel ok und die man sich selber das ist nicht mehr als ich es auf Chlo jemand steht vor der Toilette und jetzt wird er ausgelacht ok ich will seine Vorgeschichte eigentlich nicht wissen da waren nahe und und ok ich will ich will ich hab ein ganzes leben wieder verloren in dem scheiß scheiß nein gehen wir weiter oh Gott die schon wieder die ich hoffe die haben diesmal wenigstens keine bomben ne diesmal haben die keine bomben in sich heute Die holten die Viecher, ne? Oh, oh, shit. Ich hab nur noch ein halbes Leben. Ah, komm. Wieso haben die alle Fliegen gefressen? Ich versteh's nicht. Störb, du motherfucker. Scheiße. Oh, ganz ehrlich. Die einzigen Spiele, die ich wirklich spielen kann, sind die von Nintendo, ey. Ach ja, morgen kommt ja das neue Spiel auf meinem Kanal. Und ihr könnt schon mal gespannt sein, was es wird. Scheiße. Okay, scheiße wird's nicht, ähm, ja. Komm nach rechts, komm nach rechts. Oh, das sieht... Wie das aussieht. Isaac steht da so und er spritzt dann. Nein. Okay, das war grad echt pervers, aber... Wir ignorieren's jetzt einfach. Und wir gehen in den nächsten Raum. Rechts. Oh, Geld. Dankeschön. So, gehen wir in den nächsten Raum. Scheiße, Haufen kaputt schießen. Feuer ausmachen. Feuer ausmachen. Feuer ausmachen. Feuer ausmachen. Oh ja, ich bin ein Feuerwehrmann. Yay. Schub da, whoop. Boah. Scheiße, das ging nur... Ach, verdammt. Ach, egal. Gehen wir weiter. Oh, nicht wieder die Fliegen, ey. Ich hasse die Fliegen. So, geben wir ihnen... ...einen Bossraum. Isaac versus, geben wir ihnen. Ey, ich will einmal ins Basement 3 kommen. Ach, hier hatte ich ja die Taktik immer... ...im Kreis laufen. Scheiße, ey. Füß dich. Und du sollst mehr trainieren, damit du ne bessere Ausdauer hast. Los. Bam, 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 bam. Oh, nein, die Schu... Ah, ja, daran kann ich mich noch erinnern, dieses Viech. Ja, das war richtig scheiße, ey. Stirb, du. Du, du, was auch immer du bist. Äh, ah. Feuer, wenn man Eis leckt. Ach, Mist. Komm noch her. Ah. Ich leg gleich eine Bomme, du Mistvieh. Sei nicht so schnell. Warm, Junge. Ah, da ist ja noch ein Herz. So, wieder volles Leben. Und das ist Stem Cells, okay? Here we go. Subject 9-2. Ah, das hatten wir schon mit dem Geschenk. Ich will zurück. Nein. Rechts. Nein, nach oben, ja, nach oben. Was, was konnten die Viecher nochmal? Ich, warte, TNT. Äh. Äh. Los. Sehen aus wie so aus SpongeBob. Ähm. Warte, Wurmy, genau. Äh, Wurmy aus SpongeBob. Genau so sahen die Viecher gerade aus. Ah, TNT, TNT, TNT. Explodiert TNT. Ah, super. Hat mir auch viel gebracht. Alter, ich hab bis jetzt noch kein Leben verloren. Ich will mal sagen, läuft bei mir, hab ich gehört. Oh, kein Leben verloren. Zwei Bomben bekommen. Lo-o-ift. Blut, okay. Oh, nein, nicht schon wieder. Oh, Pistoy, bitte. Okay, ich hab nur ein halbes Leben verloren. Ich glaub, damit kann ich noch leben. Ah, nein, der kam noch. Ach, scheiße. Wir legen eine Bombe. Nein, nicht weg. Ah, verdammt. Oh, ich glaub, das ist sogar mal klug. Zwei Bomben hab ich noch. Äh, zweieinhalb Leben. Geh mir in etwas Raum. Isaac vs. Rhydo. Oh, hier, nee. Das sieht schon mal richtig krank aus. Ja, herr, komm. Scheiße. Das ist immer zu schnell. What the fuck? Alter. Scheiße, scheiße. Oh Gott, ist das schwer. Oh, nicht schon wieder, Mann. Scheiße. Legen wir nur. Ach, Mann, ey. Komm, einer geht noch. Einer geht noch rein. Dann gehen wir nach unten. Nein, 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 nein. Da kommt keine Spinne raus. Wieso? Weil ich es sage. Boah, die Spinnenviecher regen mich sowas von auf, ey. Okay, wieder nichts drinne. Ich frage mich, was diese Räume da sollen. Shit. Oh, heuleise. Und explodier woanders. Ja, genau da. What the hell? Komm her. Stell dich mir an, Mann. Shit, 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 shit. Ja, troll, lol, 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 ja. Deine Mutter. Okay, wir gehen weiter. Okay, was ist das? Wieso habe ich das Gefühl, dass das Ding gleich auch explodiert? Oh, Irgendwann. Nein, das Ding teilt sich noch. Ah. Egal. Wir hatten keine Probleme. Wir gehen jetzt weiter. Nein. Wieso bekomme ich Waido? Den kann ich gar nicht ab. Mann. Ich glaube, nach dem Spiel muss ich erstmal meinen Kumpel fragen, wie man dieses Viech am besten besiegt. Oh nein. Mann, 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 Mann. Wenn ich das Viech jetzt schaffen sollte, ey, dann... Boah. Dann fühle ich mich so wie so The Greatest Boy in the Universe, ey. Nein. Das ist wohl voll nichts. Ich glaube, das war es dann für heute mit der freshen Folge. Und bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.